Guten Tag, Freunde, herzlich willkommen zurück, immer noch mit den gleichen Bitches. Bitches. Little Bitch. Das wird der neue Spruch, ich sag's euch. Oh, ganz neu. Aber das kann mal schon besser. Die kleine Bitch. Kleine Bitch. Kleine Bitch. Tut mir leid, ich bin leider innocent deswegen. Kann ich dich nicht bitch-sladen? Oh, besser, besser. Hab ich da gerade jemanden mit einer AWP gesehen? Und schieß. Immer besser, das war von zu schießen. Naja, das war der Mushroom. Mushroom, hast du eine AWP? Nein. Aber Kimbo. Kimbo hat eine. Kimbo? What would Kimbo do? What would Kimbo do? Einfach mal googlen. YouTube. What would Kimbo do? Einfach mal googlen. Alter, fuck. Fuck, die scheiß Mausefalle geht hier an. Danke doch, ey. Bin beim HD. Nicht beim Bunte. Ich bin beim Fabian. Mal ihn an. Was? Was ist das eigentlich hier? Hostage in a box. Ah ja, das hatten wir schon mal, ne? Alt. Ist schon alt. Gib mir jetzt meine verdammte Waffe, Mann, ey. HD ist in den Traitorraum gegangen. Ja. Wollte, wollte, wollte. Das Ding kannst du aufschießen. Bunte, bunte, bunte. Das Ding kannst du dem nicht aufschießen. Bunte. Bunte. Ist es. Die Waffe ist leer. Bunte ist es. Wer skandiert denn? HD hat gerade eine geheime Tür aufgemacht. Äh, das Ding kannst du mit einer Piste aufschießen. Bunte ist es. Bunte, K.O. Wird die nicht so runterfallen. Äh, danke. Du, Tio. Bunte, K.O. Alter, Alter, Alter. Wer ist jetzt alles? Bunte und? Bunte. Bunte und Bunte. Der hat mich angeschossen, obwohl ich in den Raum eingegangen bin, den man normal aufschießen kann. Fabian. Wer ist? Alter. Wow. Alter. Alter, wer schießt? Der Ingealt schießt, oder? Ingealt. Traitor Ingealt. Warte, hier oben liegt noch jemand. Okay, Bunte war es anscheinend nicht, aber der da. Alter. Bunte, da kann man normal rein. Ich kenne die Scheiß-Taschton. Wir spielen die Map zum dritten Mal und noch nie hat jemand den Raum benutzt. Und auf einmal geht es direkt hin. Welchen Raum? Und machst es auch. Da oben. Der Trader. Das ist kein Trader. Fabian, was soll das? Da ganz oben, so in der Mitte. Sorry. Rechts. An der Wand. Ah, verdammte. Wie kann ich einen wiederbeleben eigentlich? Gibt es Ausmaß? Du brauchst den Diffi-Brillapen. Diffi. Ja, den wollte ich nämlich gerade kaufen. Wollte den Ingealt zurückholen, aber nein. Das ist der mit dem Herz und dem Schraubst. Mit dem Hartzenriver. Mit dem Hartzen. Mit dem Symbol für Herzschlag. Hartz und dann noch eine Vier, oder was? Hast du das gesehen, Fabian? Hast du das gesehen, den? Super Pro-Gamer-Jump hier. Scheiße, das ist in der Sackgasse. Und, warum ziehst du so auf mich? Weil du gerade eben so rumgestanden bist. Ich dachte, du wechselst gleich auf die AWP. Und ich wollte gucken, ob du auf die AWP wechselst. Nee, ich habe mir das fliegende Ding da angeguckt. Achso, das, was immer da fliegt, ne? Hallo, Naboka. Das ist mir noch nie aufgefallen. Hallo. Hey, eigentlich irgendwie wieder runter? Du kannst hier übers Bild hier rüberspringen. Da liegt ein Toter. Wo liegt ein Toter? Ah, das ist, glaube ich, kein... Das ist ein Elbis. Nein, das ist kein Toter. Das ist einfach so. Das bunte, bunte visiert auf mich. Das steht beim Mushroom. Das will ich gerne lesen, aber das kann ich nicht. Alter, ich packe hier voll fest. Die Ecke ist scheiße, du musst aufpassen. Oh nein, hier kommen jetzt immer mehr Läufe. Ich hätte den Raum nicht sein dürfen. Da oben ist jemand mit dem Sniper. Der bunte ist mit dem Sniper. Ja, ich bin schon die ganze Zeit da oben. Der ist mit dem Sniper da oben. Bunte macht mir Angst. Bunte macht mir Angst. Bis jetzt sehe ich auch alle außer Ingealt. Ingealt ist hier. Oh, er ist... Oh, Falschschaden. Er ist untergefallen. Geil. Du kannst doch bleiben. Ich mag das, ich mag dieses... Vorsichtig. Wow, fuck, ich bin auch runtergefahren. Verdammt. Nein, jetzt ist er tot. Oh, jetzt ist er tot. Alter, Ingealt ist tot. Alter, war doch richtig schön geschrien, der Kerl. Wer ist noch tot? Wer schießt? Wer schießt? Wo ist Hade? Ich bin auf die Schmutzal. Am Spawn. Ich habe mir gerade noch Waffe geholt. Nee, ich habe gerade eine Schuss gehört, deswegen. Okay. Dann könnte es eigentlich nur der Schuss-Dingste HD gewesen sein. Achso, ist es auf dem Tisch? Ist es da Ingealt, oder was? Ja, das ist Ingealt. Der klatscht auf den Tisch. Der Bunte hat nicht gestorben. Ich habe es gerade von hier gesehen. Nur noch... Oh! Der Bunker ist auch tot! Alter, Alter! Nein! Nein! Dann musst du ja du sein! Du Sau! Komm, hey, ich schnapp dich! Okay. Vielleicht, eventuell. Oh, verdammt! So schlecht, ich stehe genau neben ihm! Das war dann nicht so gut, ey! Ich so, Arnold... Hat Arnold schneller geschossen als du, oder wer denn? Er hat angefangen mit Schießen. Und dann habe ich ihn noch gekillt. Ich habe dich... Ich hatte eine Shotgun, Mann! Ja, das hatte ich mir auch schon... Oh, so ärgerlich! Ich stand direkt bei dir, schieß auf dich, und es macht sechs Schaden. Da dachte ich auch, ja, geil. Ich wollte schon die ganze Zeit dem Fabio mit der AWP wegkauen, aber... Ich dachte mir, oh nee, da sieht das Simon, und dann bin ich... Alter, Ingealt, was machst du? Schon wieder runtergefallen? Der springt da von irgendwo runter und lebt da einfach noch. Ja, aber nicht mehr lange. Das stimmt. Der stirbt gleich an Zeit. Alter, ey. Genauso wie Bunte, der stirbt auch gleich unawocan. Bunte hat doch gerade geshoppt, der ist hier voll gegen die Wand gelaufen. Töte ihn, töte ihn. Hey, wie kann man das machen mit shoppen und gegen die Wand laufen jetzt mal? Also, und du gehst ein Trader-Menü und läufst nach vorne. Soll ich ihn jetzt umbringen, oder nicht? Ja, würde ich schon sagen, ich habe es mir auch gesehen. Alter, ich habe Schaden genommen. Ja, super, es leckt. Weißt du, wenn der RAD wieder leckt, dann ist sie da, passt es. Und wenn ich leck, ja, ja, sie ist wieder leck. Kleine Bitch. Ist die da oben? Ich bin hier oben. Alter. Ja, gut, Bunte ist es. Kawa ist Bunte. Abdi. So, die Frage. Wer ist tot? Wer ist tot? Navoka? Navoka hat Bunte. Oh, Mann, ey. Fuck, wo bin ich hier beim Ingehalt? Ich bin beim Ingehalt. Ah, fuck die net, Kamian. Da ist jemand gestorben. Da ist noch jemand gestorben. Ich bin es nicht. Ingehalt? Alter. Ja, Ingehalt ist auch tot. Warte mal, Fabian? Ja, ich leb noch. Das kannst nur du, also Bunte ist es safe, dann kann man Marschum oder du. Na, oder du. Alter, ich. Du bist da hinten voll auf deiner, auf deiner Sniper-Position. Wo ist HD? Der ist in der ganzen Ecke. Der ist in der ganzen Ecke. Der ist in der Sniper killt, ganz ehrlich, und dreht durch. Das ist eine One-Way hier, ne? Ja. Fuck. Okay, da war jemand auf der anderen Seite. Kannst mich mal. Alter. Wer lebt denn noch? Arnold, lebst du noch? Ich leb noch. Wer noch? Der HD. Alter, ich hab schon wieder Schaden genommen, ich flieg immer runter. HD lebt noch. HD. Das hier mal steht auf der anderen Seite. Auf diesem Bücherregal, auf diesem schmalen. Und hat auf mich gezielt, er ist es auf jeden Fall. Und wer noch? Du? Unter HD, nein. Oder du? Alter, ich nicht. Fuck it, ey. Oh Gott. Fabian? Bin hier, wo? Bin hier auf dem Gitter im Schrank. Auf dem Gitter im Schrank? Gitter im Schrank. Okay, Simon ist verschwunden, er ist nicht mehr auf seinem Bücherregal. Wo bist du? Ich bin gerade beim... Fuck, da bin ich geladen! Oh Gott. Geil, dass halt noch alle confirmed werden oder so. Das ist halt super. Geil. Sag mal! Ich bin nur angeschlichen. Scheiß Ventilator. Hat er gar nicht Glück gehabt, dass ich mich mit Ui umgedreht habe. Ich war schon längst tot, ey. Ja, ich habe ihn weggeschnipert, als er da irgendwo mal rumgelaufen ist und keiner hat es gedacht, weil er still ist, dass er weg ist. Sondern irgendwie, HD, oh, der wird es doch gewesen sein. Hat allen Blödsinn erzählt. Und Fabian, da warst du es auch, oder? Ja. Ja, so, ich habe es doch gesagt. Ich bin aber vom Ventilator gekillt worden. Oh nein, das ist wieder Wunsch. Ich bin bei Wunsch. Hallo, HD. Nein, ich gehe weg. Aber krass gerade, like a ninja. Angeschlichen. Like a ninja. Ich dachte, man hört es ja, wenn man ankommt. Ich habe gerade gesehen, wie Anno dann vorbeigeschlichen ist. Und dachte ich, oh, da läuft da zur Lüftung. Und dann ab hinterher. Wow, leck. Oh, Nabokka. Ja. Nabokka mit Schrotflinte. Ja. Nabokka mit AWP. Was? Was? Gangster ist da oben? Oh. Dingleid ist runtergefallen. Ja, schnell gesprungen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich schon wieder weggesniped werde. Nicht in mir drin stehen, bitte. Nicht in mir drin stehen, bitte. Jetzt sind alle hier. Und Nabokka und Ingjald. Und hier haben wir den Bunte. Seid ihr alle da oben, oder was? Da oben beim Fenster ist HD. Ja, ich sehe es. Tötet ihn. Was möchtest du hier machen? Jetzt sind wir in der Ungesundheit. Alter, wie peinlich. Ich glaube, wir sind in einer Nachteilsposition. Wir sind alle hier zu viert. Komm, wir kommen. HD runter. HD rennt von nichts. Aber eigentlich ist er alleine. Der kriegt Punkte. Okay. Alter, jetzt eine Disco. Oh, oh, oh. Da ist einer umgefallen. Das war... HD? Hat Bunte ihn abgeknallt? Nein, ich habe nicht abgeknallt. Doch, Bunte war es. Ich habe auch HD geschossen. HD war es, ja. HD schießt. Hab ihn. Wow! Der hat eine AWP gehabt. Eine AWP ist auf dem Bett gelandet. Hallo? Wer lebt noch? Geil. Alles still oder was? Das ist doch wieder super gut. Ihr seid cool. Hallo? Wenn es noch ein Traitor übrig ist, der kann ruhig reden. Ja, ich bin noch da. Ah, es ist ein Traitor. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Okay. Wo bist denn du? Das sage ich nicht. Das finde ich jetzt aber schade. Mensch, wie weit läufst du denn? Hm? 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 Hallo? Ja? Hast du alle anderen getötet? Wäre eventuell möglich. Maybe. Maybe not. Das finde ich nicht sehr geil. Ja. Ein bisschen traurig vielleicht. Ist er immer noch in der Schublade? Was? Dass du noch in der Schublade da bist. Nein. Oh. Hm. Nein. Das war natürlich schlau. Ah, da. Alles klar. Sehr schön, Arnold. Sehr, sehr, sehr schön, Arnold. Inial, du stirbst immer so leise. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ihr dich weggekautet habt. Wer war alles Traitor, bitte? Ich. Adi. Du kleine Bitter. Du hättest doch kurz warten müssen, bis Navoka angefangen hat und dann anfangen auf mich zu schießen. Das Problem war, ich habe da hinten festgestockt. Ich wäre so oder so gestorben. Ja, aber dann wärst du noch da gewesen und hättest du von oben runter schießen können, wenn ich weg bin. Ich habe auch nicht mit der Silence geschossen. Das war das Problem. Ich habe die falsche genommen. Ich habe das Katzenbild geschossen. Mann, Mann. Wie du schießt auf Katzen? Ja, Katzen halt. Wir quälen. Maybe. Ein bisschen. Egal, ihr sauer auf mich. Egal, ich bin... Bunte ist weggemacht worden. Ich habe noch gehört, wie die Waffe aufgeschlagen ist. Es ist... Ich sehe es nicht. Ich will nicht sehen, ob er mich abknallt. Ich würde sagen, HD ist es. Lebt jetzt überhaupt noch jemand außer mir? Au. Bam. Mann. Hauptsache, HD ist es. Ja, das muss ich sagen, HD ist es. Sehr schön. Der muss es sein. Das geht gar nicht anders. Auch wenn er tot ist. Jetzt wurden aber alle schnell weggenutzt. Irgendwie alle in den Kindergarneten. Ja, das war eine kurze Runde. Ich habe gar nicht gesehen, wo Fabi mich weggemacht hat. Tja, ich habe alle weggemacht. Ich habe mir gedacht, dass du ihm geschossen hast, wie du rumgerannt hast. Ich glaube, du hast mich gezielt und dachte ich, ja, ziehe ich auch mal auf ihn und dann war ich schon weg. Weißt du, ich sterbe. HD ist es. Wie macht man nochmal den Teamchat auf? Uff. Uff. Ich sterbe, HD ist es. Ich wurde gefeuert, HD war es. Bunte, Bunte, Bunte und Avoka. Ja, wo ist Avoka? Hinten, hinter den Büchern dort. Neben hier. Ja. Avoka hat geschoppt. Was? Er schießt. Oh, feinste. Ich stehe doch von drin. Ich habe nicht gesehen, wer. Das wollte ich nicht. Ich war es. Das war ich. Das wollte ich schießen. Auszusehen, ne? Das wollte ich nicht. Wirklich nicht. Wollte es nicht, dass ich überlebe, wahrscheinlich. Habe ich gerade jemanden getroffen oder so gesehen? Ja, mich. Tut mir leid. Ich wollte es echt nicht. Das mache ich nächstes Mal auch. Ich heuchle dann einfach unschuld. Du hast so ein bisschen leid. Nein, ich weiß es nicht. Ich könnte es sehen, wenn ich tot bin, vielleicht eventuell, irgendwann. Inga, da oben. Habe ich nicht jetzt? Hi. Inga, das ist mein Freund. Geh mal weg. Ich mag dich nicht. Ist hier jetzt jemanden tot oder nicht? Nein, ich habe, glaube ich, auch in der Unterkunft. Ja, von der Unterkunft. Hat die hat geschossen, hat die. Matt, hat die. Was ist es? Inga, glaube ich, oder? Was ist es? Ne, Inga war bei mir, glaube ich, hier. Ich bin beim HD. Ich bin beim Bund, ja. Navuka hat eben, ist unterm Bett. Ah, ich sehe schon. Ah, der Maschum schießt? Ja. Der ist ja die ganze Zeit, Mann. Navuka, Navuka hat er Fabian gekossen. Ah, du kleine Bitch. Wolltest mich gerade runterwerfen. Ne, ne, ich wollte bloß vorbei. Okay. Oh, Fabian, warum machst du das? Wieso? Ich verstehe das nicht. Dann ist es Navuka und Arnold. Ey, nein. Maschum ist es immer noch. Ja, meine ich ja. Arnold. Achso, ja, ja, gut. Weil die haben Fabian dann weggemacht. Navuka, der hat geschossen. Ich dachte, sie schießt auf Arnold, aber dann hat es der Fabian in den Rücken geschossen. Ja, Navuka. Ich schwöre es sich auch nicht. Ja, normal. Das war schon bei mir. Okay, Lin. Boah. Schwieriger als ich gedacht. Ich habe kein Leben mehr. Das ist das Problem. Alles klar. Ja, gut. Ich bin eben ein netter, Öno. Iliad, liebst du noch? Ja. Ich glaube, Navuka hat gerade auf mich geschossen. Ich weiß nur nicht, wo sie ist. Ah, die kleine Peter. Ich habe Arnold geholt. Ah, Navuka ist da oben. Wo ist oben? Welche ist oben? Äh, in diesem... Ah, ich mache sie allein. Okay. Machst du sie? Ja. Ne, noch nicht. Diesen Gang, den man aufschießen kann? Äh, ja, bei diesem... Alltag! Nein! Nein! Diese Schublade warst du es ja. Ah, okay. Ist ja schön. Sehr schön. Arnold, da war ein schöner Winkel frei. Aus der... Ich habe schon gedacht, dass du mich gleich holtest. Ich hatte keine große Hoffnung. Tja, Hoffnung stirbt zuletzt. Ne, der Mushroom. Der stirbt zuerst. Der stirbt zuerst. Ja, ich bin Trader. Okay, Ansage. Alles klar, Mann. Alter, ich bin kein Trader. Die wollen mich killen, weil sie Trader sind. Was? Oh, ich bin runtergefallen. Alter, wer ist das runtergefallen? HD ist, glaube ich, tot. HD ist, glaube ich, runtergefallen, oder? Gangster. Oh ja, da liegt er. Ja, ich habe keine Arme mehr. Ach, kann er nicht mal Trader sein, da habe ich ihn nach runtergestoßen, wer weiß. Ich bin bei Navoka. Navoka rennt hinter mir her, mit der Schrotwinte. Immer noch. Du bist ja auch genau da, wo ich hinwischen. Ja, ja. Fabian? Ja, ich bin jetzt auch verletzt. Ja. Ich bin Fabian. Ich habe jemanden fallen gehört. Au. Ja, das war Fabian. Und Arnold hat sich auch beim falschen Fallen verletzt. Wie man immer gleich blutet, ey. Navoka. Fabian, Navoka. Simon, Navoka. Ist es Navoka und Fabian? Ja, wir sind es beide. Und wenn ich gleich drüben bin, ist es Bunteabt und Navoka. Super. Piu, Piu. Dahin kommt jemand Neues. Piu, Piu. Ingjald. Peng, du bist tot. Ingjaldinho. Dann ist Maschrum wohl der Böse. Alter. Nein, Navoka ist es. Und der Ingjald. Ja. Simon? Fabian? Wir sind alle tot. Nichts als solche Noobs. Du hast ja gerade wehgemacht, Ingjald. Stirb bitte nicht auf dem Weg zu mir. Der ist oben. Ich seid solche... Geil Richtig geil Habt ihr zwei Noobs richtig gut gemacht Der Arnold ist es Und beide sterben Was macht ihr jetzt Vielleicht hat wieder so einer angesneakt Oder so Vielleicht Vielleicht sneakt man ja auch gar nicht So mit Ankündigung Woll ich Das ist noch gefährlicher Okay Kriegen wir hin Da kommt er Na wo kass dir Du dumme Silence Mensch Arnold Einmal Nein nur einmal Twitter Ich war zwei Oh Gott Mann Ja dann danke fürs Zusehen bei dieser schönen Folge Auf Dolls Wir sehen uns Bei der nächsten Ausgabe von TTT Macht's gut Ciao Tschüss Tschüss Bist Tbilir Schn Vielen Dank.